12 Grad, um in Göttingen ebenfalls 12 Grad. Tja, stürmisch geht's zu heute. Der Wetterdienst der Deutschen, der warnt an der Küste vor Orkanartigen oder Orkanböen. Der Wind, der bringt viel Regen. Der Wind, der warnt an der Küste vor Orkanartigen oder Orkanartigen oder Orkanartigen oder Orkanartigen. Der Wind, der warnt an der Küste vor Ortigen. Der Wind, der warnt an den K음�qünen. Der Wind, der warnt an der Küste vor Ortigen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020